Wir freuen uns, dass Fallon Sherrack uns heute hier in Dortmund besucht. Und Fallon Sherrack ist einfach eine super Dartspielerin und eine tolle Frau. Wir haben sie näher kennenlernen dürfen und es wird auf jeden Fall ein Spitzen-Event mit YouSoft und Fällen werden. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Es ist ein großes Privileg, hier zu sein und zu spielen Darts gegen alle hier. Wir haben uns seinerzeit für Fallon Sherrack entschieden, weil sie gut zu uns passt. Sie muss sich in der übermächtigen Männerdomäne durchsetzen, wie wir uns gegen die sehr mächtigen amerikanischen Softwarehersteller durchsetzen mussten. Und das verbindet uns und wir gehen von einer wirklich guten Zusammenarbeit aus. Ich habe es wirklich gefühlt heute. Es war sehr schön, alle Spieler zu treffen und gegen sie zu spielen. Und ich kann nicht erwarten, wieder zu kommen und wieder zu spielen.